So hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Die Testaufnahme war synchron. Ich hoffe, diese ist es auch. Ich würde gerne mehr Level von dem Ich-Kollegen spielen, deswegen folgen wir ihm mal. Achso, habe ich schon. Ups. Und muss aber jetzt vorher erstmal eine ganz andere Sache machen. Es gibt nämlich auf jeden Fall ein neues Level für mich. Das hat jetzt... Ja, das hat eine gewisse Priorität aus Gründen. Ich habe tatsächlich heute Geburtstag... Also, wenn die Aufnahme durch ist, hatte ich Geburtstag. Ich aktualisiere ganz kurz. Ich nehme aber an, der ist schon ganz aktualisiert. Eigentlich brauche ich ja nicht mehr aktualisieren. Das gucken wir uns natürlich an und schauen uns da jedes Detail an. Denn das ist ein extra Geburtstagslevel, was hier gebaut wurde. Ich bin ja überhaupt nicht... Also, für mich war heute ein Tag wie jeder andere auch. Ja, ich habe... Äh... Schulkram vorbereitet. Ich habe ein paar YouTube-Videos geguckt. Ganz normaler Samstag war heute. Ähm... Deswegen... Ich mache mir jetzt nicht so viel aus Geburtstag, aber es ist natürlich schon schön, wenn jemand dran denkt und dann auch entsprechend... Okay, ich muss die Sterne zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Sterne, wenn ich es richtig gezählt habe. Und wir haben gerade den Mond eingesammelt. Jetzt kriegen wir erstmal eine Feuerblume. So. Jawohl. Sehr schön. Sonja hat schon geschrieben, es ist etwas eskaliert, das Level. Ich merke das. Happy Birthday. Ich kann in die Zukunft sehen. Da steht Happy Birthday. Jawohl. Connet. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Okay, die Mützen zähle ich jetzt nicht. Oh, da sind noch mehr Stellen. Wo war ich? Ich war bei 15. 16, 17, 18, 19, 21, 22. Genau. Ich bin 22 Jahre alt geworden. Nein, okay. Das Lustige ist, mich hat dann heute auch meine Oma angerufen. Dazu gefragt, ja. 32 bist du jetzt geworden, ne? Und dann habe ich erstmal überlegt, ja, kann sein. Weil ich, 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 ich mache mir da halt wirklich nicht so viel draus. Ich habe, ich musste echt erst überlegen, wie alt ich jetzt geworden bin. Weil es ist mir einfach egal. So ist es. Aber das ist sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Hui. Herrlich. So, dann laufe ich jetzt einmal nochmal hin und dann laufen wir nochmal einmal zurück. Hui. Ach, schön. Und das beste, die aus Galaxy spielt, was will man mehr? Ich hoffe, man versteht mich überhaupt von lauter Sound-Effekt. Wollte aber passen. So, also, vielen lieben Dank. Ich hole mir noch schnell den Weltrekord. Ähm. Und dann, äh. Ja. Passt die Geschichte. So, also, Weltrekord. 20 Sekunden muss ich schaffen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Oh, ich muss natürlich den Kommentar hinterlassen. Also, ich muss auf jeden Fall die Blume holen. Und dann einfach hier schnell durch. Oh, ich dachte, das reicht zu springen. Okay. So wird das nichts mit dem Weltrekord. Nein, so auch nicht. Das wird schon eine ordentliche Zeit werden. Also, in meinem Geburtstagslevel möchte ich schon eine ordentliche Zeit an den Tag legen. Na, das ist, äh. So, das war jetzt auch nicht optimal. Das war auch nicht optimal. Das kann man noch viel, viel stärker machen. Da kommt der Mond. Hui. Dann schicke ich schon mal ein paar Feuerbälle los, dass mir hier gleich nichts im Weg ist. Ja. Das geht besser, aber das ist okay. Wobei, warte. 479. Habe ich die Zeit jetzt überhaupt gebrochen? Es waren ja 20 Sekunden. Huh. Aber gerade so. Okay. Dann ist das gut. Er bleibt ganz kurz hier der Rekord. Fürs Video ist er da. Wenn ich in 10 Sekunden hingucke, ist er wahrscheinlich schon wieder weg. Oh, habe ich jetzt noch meine Neustartstierabschlussrate kaputt gemacht? Das tut mir leid. Ach, ich wollte einen Kommentar schreiben, ne? Moment. Dann muss ich hier nochmal ganz schnell rein. Dann müssen wir natürlich nochmal durchgehen. Weil ich glaube, man kann immer nur einen Kommentar schreiben am Ende. Das ist eigentlich auch was, was im Maker noch verändert werden könnte. Dass man, dass... Oh mein Gott. Dass man auch so Kommentare schreiben kann, wenn man ein Level halt mal... Dass man halt einfach so Kommentare schreiben kann, ohne dass man ein Level geschafft haben muss. So. War das schneller? Ich glaube nicht. Ich bin am Anfang hingeblieben. Ey, hier Sub-20 zu gehen ist gar nicht mal so einfach, glaube ich, ne? Ja, das war sogar langsamer. Okay, aber jetzt Kommentar. Achso, ich kann ja kein Bild und was schreiben, ne? Und einen vielen Dank gibt's ja hier nicht. Er gäbe auch keinen Sinn, hier einen vielen Dank hinzusetzen von Nintendo aus. Okay, ähm... Nein, ich will schreiben. Wait, wie schrei... Oh mein Gott. Wie, 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 wie... Was? Was macht das? Oh, was ist das? Achso. Oh. Ah, da kann man dann genauer schreiben und zeichnen. Aber ich will ja eigentlich... Achso, das löscht das. Aber wie komme ich denn jetzt? Ich will ja eigentlich... Wollte ich... Da, das da. Ah, hier. Äh. Äh. So. Viel. Kann man jetzt noch ein n hintendran setzen? Ja, kann man halt so machen, ne? Nein, nicht... Nicht viel in f. Dank. Ist nicht da. Dann schreiben wir jetzt halt aus. So. So viel Zeit muss sein. Äh, so. So, jetzt noch ein Ausrufezahlen. Was sind die Symbole? Hier. Da. Und jetzt noch ein... Gibt es hier Smileys? Da muss ich die selber bauen. Ich muss die selber bauen. Dann bauen wir die selber. So. Wunderbar. So. Dann muss man das Level schon auch schaffen, um hier... Ach, hier kann ich. Ändert sich jetzt überhaupt irgendwas im Gesicht? Äh, der ändert sich... Ach so, doch. Es ändert sich ein bisschen was. Nehmen wir das hier. So. Das war... Das war, äh... Eine, eine schwere Geburt. Ach so, ja. Man kann ja auch während des Levels Kommentare schreiben. Stimmt. Das geht auch. Habe ich gerade vergessen. Was heißt Schlag... Ach so, da könnte man jetzt... Ja, verstanden. Die Tags ändern. Okay, cool. Ja, lieben... Vielen lieben Dank. Also, sehr, sehr schön. Hat mich gefreut. Okay. Ähm. Was machen wir jetzt noch in dem Part? Das sind... Das haben wir ge... Ne, das haben wir nicht. Hä? Das haben wir doch gespielt. Ninchy Speedrun Frog Parcours. Es gibt eine neue Ninchy Speedrun. Nö. Hä? Hä? Was habe ich... Was? Bin ich lost? Was habe ich denn gerade... Ach, Moment. Das ist... Das ist ein Level von Rasierer. Wie komme ich denn auf die Idee, dass Nintendo mir hier die Ninchy Speedruns reinpackt? Wie komme ich... Ach so. Ja, dann machen wir das doch mal schnell. Hä? Das... Das... Das war's komplett. Oh, Mann. Okay. Also, Frog Parcours. Wir schwimmen um die Wette. Ah, ich muss die Kommentare ausschalten. Kommentare sind gerade, wenn man Trolllevel spielt und so weiter, natürlich sehr, sehr suboptimal. Äh... Jo, ich hab Mist. Hab halt keine Ahnung, ob ich richtig... Ja, ich bin richtig. Da ist die Dings. Oh, man kann doch sterben. Das ist natürlich nicht so gut. Wait, aber hier wär jetzt... Ich glaube, da wär's zeitlich sogar einen Ticken schlauer zu Damage boosten. Es ist ja kein... Keine Zielbedingung, dass man den Foxhut tragen muss. Ne? Ah ja, fünf Sekunden! Vicaris, bitte was? Was war eigentlich hier? Ach, das sind seine Coins. Ja, die Coins nützen mir gar nichts, wenn es um Zeit geht. Okay. Also dann jetzt hier richtig Gas geben. Aber dann hat der Weg ja gepasst, ne? Das ist ja dann alles, alles richtig gewesen. Und hier bin ich in so einer Dings hängen geblieben, glaube ich. Das machen wir jetzt natürlich nicht mehr. Ach und da bin ich... Äh... Und hier bin ich natürlich auch hängen geblieben. No. Oh, man kann vor dem Ding rumkommen. Oh, das ist... Wenn man da schnell hinkommt, kommt man vor dem Teil rum. Das macht natürlich richtig viel aus. Dann gibt's auch keinen Damage boost, der notwendig ist. Okay, das macht enorm viel aus. Okay. Let's go. Die Zeit kriegen wir. Ich muss nur bei den Clown Cars aufpassen. Alles andere habe ich eigentlich zeitlich ganz gut hinbekommen, glaube ich. Ich weiß halt nicht, wie exakt wie Carys hier schon... Oh mein Gott. Hier schon durch ist. Das ist das Ding. 1,74. Das ist irgendeine 25, aber welche 25, reicht sie oder reicht sie nicht? Ah, okay, kriegen wir hin. Ah, das war der falsche Knopf. Den hole ich mir. Kurzzeitig. Ganz kurzzeitig. Einfach nur, weil ich's kann. Und dann kann ich's nicht wie Carys zurückholen. Ah, okay. Nein! Okay, von vorn. Es ist übrigens super cool, mit dem Frog-Suit unter Wasser zu schwimmen. Also das ist... Das ist... So machen unter Wasser Level tatsächlich Spaß. Anders halt nicht. Okay, ich kann hier durch. Das geht sogar einen Ticken schnell... Oh, das geht viel schneller. Oh, das war gut. Oh mein Gott, das war gut. Oh mein Gott, das war viel zu gut. Und dann mach ich's kaputt, indem ich da rein... Aber ich musste jetzt, ja? Wie mach ich das denn wieder? Ich hatte jetzt halt das Ding noch komplett vor mir. Das war sogar langsamer. Okay. Das war sogar langsamer. Das ist ja wild. So, aber das hier... Das hier muss doch jetzt gut gewesen sein. Und jetzt hier irgendwie... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber wie gesagt, jetzt muss ich halt... Na, das ist das Ding. Ach, wie mach ich das denn? Ich komm zwar vor dem da rum. Aber das Teil ist so langsam. Aber ich war ja vorhin selber schneller. Ich hatte ja 25,5. Was hab ich anders gemacht? Was hab ich anders gemacht? Das war schneller. Der ist gerade erst umgesprungen zu 1,74. Das muss schneller gewesen sein. Wenn wir... Jetzt... Fast sogar Sub25. Okay, so. Sehr schön. Gut, ähm, leveltechnisch. Das haben wir alles schon gespielt. Dann machen wir hier noch schnell. Aber ich dachte, den Meme Music Medley Speedrun, ist der neu hochgeladen? Das haben wir doch gespielt. Ist das neu hochgeladen? Und spielen wir es nochmal, das war cool. Das war ein schönes Lied. Also, ein schönes Medley, ne, die verschiedenen Memes, die da drin waren. Aber das haben wir doch geschafft, bin ich doof? Ja, den Fehler habe ich schon damals gemacht, richtig, dass ich da gesprungen bin. Da darf ich nicht springen. Ach, wait. Ach, nee, ich mache das jetzt ja gar nicht auf Zeit, ich dumm Kopf. Jetzt bin ich so im Neustarten drin, bin ich ja gar nicht. Ah, das klingt einfach cool. Ich bin so... Warum bin ich dumm? Ich muss doch nur auf die Pfeile gucken. Man kann den Pfeilen vertrauen, die sind kein Bait. Mist. Das hat nicht gereicht. Aber ich frage mich, was da geändert hat. Jetzt war doch alles in Ordnung mit dem Level. Buch. 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 Oh, schön. Oder habe ich mir eingebildet, dass wir das gespielt haben? Ich hätte gedacht, wir haben das gespielt. I don't know. I don't know. Okay. Hammer Bros Greenish Castle von Marzi. Das ist wieder was. Das gucken wir uns im nächsten Mal an, weil das wahrscheinlich ein bisschen länger zum Erkunden ist. Hop, Skip, Jump, Scare. 1,32. Ja, das müssen wir auch in Ruhe machen. Meme Music Kaiser. Ach so. Meme Music Medley, Meme Music Kaiser. Okay. Steel Ball 1. 41 Sekunden. Aber Spin Jump on Spawn. Oh no. Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, das ist schwierig. Das werden wir uns wahrscheinlich nur kurz angucken und nicht spielen. Okay. Ich glaube, das ist schwierig. Ach so. Schon falsch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier schwere Kraft, aber habe ich nicht. Also die, die, also die, die Dings. Ne, habe ich nicht. Das ist ganz normale Physik. Irgendwie dachte ich, das ist nicht ganz normale. Jo, was mache ich hier? Also, dass ich hier schon scheitere, das ist nicht der Plan. Ach, die ist so lang? Ach, die ist langsam, wenn ich auf sie drauf. Wait, ich kann doch hier einfach den hier machen. Oh. Oh no. Kann ich halt nicht. Hier stoppt die, hier stoppt die, hier stoppt die. Okay, äh, keine Ahnung. Oh no. Hä, 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 hä. Ich komme, ich komme da nicht drüber. Warum komme ich da nicht drüber? Das kann doch kein schwieriger Sprung sein. Ja, dann wieder zurück. Hä, das kann doch kein schwieriger Sprung sein. Ich schaffe den Anfangsraum nicht. Wieso, wofür überhaupt den Teil? Ich kann auch direkt da hoch. Jetzt, jetzt rüber. Oh no. Wieso komme ich, hä? Das kann doch nicht so schwierig sein. Und jetzt halt noch da. Wait, what? Ich darf das so gar nicht machen. Ich muss da direkt. Okay. Das ändert einiges. Muss ich da direkt komplett rüber twirlen? Geht das überhaupt so? Oder was soll ich da machen? Ich kann natürlich auch das hier machen. Reicht das? Ach so. Scheiße. Oh mein Gott, was? Wait, da ist direkt ein Checkpoint. Okay. Na, den Checkpoint nehme ich doch mit. Muss ich den Anfang nicht nochmal spielen. Wo ist die jetzt? Oh no. Vielleicht sollte ich kleine Sprünge auf dem Ding machen. Dann sehe ich nämlich auch, wo die landet. So, jetzt muss die hier... Ach, ich steu... Ah. Ich steuere die durch mein Draufgehüpfe. Weil die... Ach, weil die mir folgt. Ich verstehe. Ja, wie, aber... Der On-Off muss anders sein, oder wie? Oder muss... Oh, die Kugel muss da drüber rollen und dann da runter und dann den auslösen. Nein, 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 nein. Aber dadurch, dass ich da... Ach so, so muss ich da... Ah, ja, 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 klar. Jetzt ist... Jetzt ist... Jetzt ist logisch. Dann so und dann kann ich jetzt den auslösen hier. Jetzt ist... Klar, easy. Okay, cool. Ja, jetzt habe ich halt auf einen Checkpoint gehofft, ne? Kriegt natürlich wieder keinen. So. Das Ding rollt jetzt da. Nein! Okay, ich kann jetzt zum Glück resetten. Der darf sich natürlich nicht selber killen. So. Also, ich kann den nicht auslösen. Ich muss die Kugel... Ui, aber die Kugel kann den auch nicht. Also, ich kann die Kugel da mal hochschicken, aber... Oh, mein Gott, ich habe es verstanden. Stammfattacke. Ich muss mit einer Stammfattacke die Kugel da reinstellen. Das ist voll cool. Das sind voll coole Ideen mit den Stachelkugeln. Das sind echt coole Ideen. Nein! Rüber, 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 rüber. Andere Richtung, andere Richtung. Ja, genau da. So ist gut. Nein! Ich habe es dumm! Ich habe mich dumm! Ich habe nicht nachgedacht. Mist. 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 Ich kann ja direkt hier rüber. Dann ist das auch gar kein... Gar kein Thema mehr. Ja, dann ist die Stelle echt super einfach. So, und die Stelle im Grunde auch. Ich muss die halt jetzt nur rechtzeitig da hochschicken. Das war zu langsam. Wenn die natürlich schon auf meiner Seite ist, dann ist alles zu spät. So, aber wie gesagt, das ist nicht das Problem hier. Da rollt die halt einfach hier hoch und dann warte ich da drüben. Und dann schicke ich sie zurück. Das ist easy. So. Jetzt ist die Frage des Timings halt. Komm, werf das Ding und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, gut. Ich sag mal so. Den On-Off haben wir ausgespüßt. Mist. Also muss ich das... Okay, 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 okay. Also muss ich das ein bisschen so machen, dass ich nicht in die Stacheln runterrutsche dann. So, also. Nice. Okay. Checkpoint. Ja, das nehme ich auch. Das nehme ich auch. Gar kein Problem. Das nehme ich auch mit. Uh, kein Checkpoint, aber Ende des Levels. Sehr schön. Cool. Haben wir es ja doch geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Dann war das erfolgreich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Und nochmal vielen Dank an Sonne für das Geburtstagslevel. Und Joris, nicht nur an Sonne, natürlich auch an Joris. Dann geht's. Ich bin. Und dann machen wir das. Ich bin. Vielen Dank.